Was habt ihr? Sarah, du guckst mich immer so an und sagst, müssen wir da drücken, müssen wir da was ausschreiben? Ich bin hier Kandidat! Woher soll ich das wissen? Ich mutiere doch gar nicht. Also bei mir wirklich, der Puls ist auf 240. Ich bin so nervös, ich habe so Schiss, mich jetzt sofort bis aufs Blut zu blamieren. Das ist aber gar nicht möglich. Ich denke drüber nach, ob ich vielleicht doch noch absage. Das ist noch schlimmer. Aber jetzt kommen wirklich fünf superleichte Fragen. Das ist doch schlimmer. Das ist so zum Reinstarten, damit ihr ankommen könnt. Super easy, kein Problem. Super easy, kein Problem. Also, pass auf Leute, hätte ich Bock auf eine Talkshow gemacht, das ist eine Quizshow. Zugehört, jetzt kommen die Regeln. Es gibt fünf Fragen, fünf Antworten. Ihr schreibt die Antworten bitte immer auf das Tablet vor euch. Daneben gibt es dann einen Stift, da steht das für euch, liebe dich. Das ist so, das habe ich. Muss ich buzzern? Genau, sehr gut. Ne, muss ich nicht buzzern. Nur aufschreiben. Das ist auch keine Hektik, ja. Nur aufschreiben. Wir fangen einfach an. Und die Frage heißt, wie nennt man die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks? Ich habe jetzt etwas sehr zufälliges aufgeschrieben. Ja, vielleicht ist es ja zufällig richtig. Guck sie nicht bei mir ab. Was hast du denn? Ich glaube, ich habe etwas Falsches. Irgendwas ist gerade... Alle, war es aufgeschrieben? Ich dachte, nee. Du hast noch gar nichts aufgeschrieben? Doch. Aber es ist... Wenn das falsch ist, dann ist das falsch. Das sind die leichten fünf. Ne, also eins ist safe falsch. Okay. Klaas, wir fangen einfach mal bei dir an. Dann nehmen wir sofort den Druck daraus bei dir. Was hast du geschrieben? Ich bin mir sehr unsicher. Ja. Ich habe einfach irgendein, so ein Wort, was ich irgendwie im Zusammenhang mit Geodreiecken schon mal gehört habe. Aber das kann auch sein, dass das... Wenn das Wort... Können auch das Wort sein, Stift zum Beispiel. Das hat ja auch was mit Geodreiecken zu tun. Aber das weißt du doch. Ich weiß es ehrlich gesagt. Natürlich weißt du das. Das ist diese Art von dir. Nein, aber das weißt du 100%. Das kannst du mir nicht erzählen. Hör auf. Du bist so wie Flo Fitz in der letzten Staffel. Der hat mir gesagt, oh nee, das weiß ich nicht. Du bist ein fieser Möpp. Nein. Doch, ein bisschen. Nur ein bisschen. Weil dieses gut zusprechen. Weißt du, das ist so eine Herabwürdigung durch die ganz kleine Hintertür. Das weißt du. Wir gucken mal. Du hast bestimmt die richtige Antwort, Klaas. Würde mich wundern, wenn nicht. Tangente, Anni, das ist falsch. Das ist aber ärgerlich. Tangente ist es schon mal nicht. Lena, du weißt es. Oder? Das ist meine Lena. Meine Lena weiß das. Meine Lena weiß das. Nein, das Problem ist, ich weiß gar nichts. Hä? Ich will wirklich mein ganzes Leben einfach fake it till you make it. Und jetzt sitze ich hier. Und jetzt gibt es Proof dafür. Und es ist wirklich... Du weißt es, 100%. Sollen wir gemeinsam gucken? Eine Milliarde Prozent weiß ich es nicht. Ja, 100% weiß ich es nicht. Wir gucken mal, was du geschrieben hast. Gerade. Ach so. Das ist falsch. Ja, natürlich. Schade. Schade. Natürlich ist es falsch. Oh Gott. Ich komme gleich zu dir, Serra Freya. Ähm, es liegt mir immer noch auf der Zunge. Das heißt, du hast nicht das geschrieben, was du wolltest. Und baust schon mal vor, dass das eigentlich die falsche Antwort ist. Vielleicht ist sie ja aber auch richtig. Wir probieren. Das ist Wissen aus der dritten Klasse. Ja, ist aber auch lang her. Ist das stimmt? Auch bei mir. Aus der dritten? Wir gucken mal, was du geschrieben hast. Schlicht. Wie gesagt. Wat? Schenkelseite. Schenkelseite. Habe ich in dem Kontext tatsächlich noch nie gehört. Ein gleichschenkliges Dreieck. Ja, gleichschenklig. Natürlich, aber dann zusammen. Das ist halt die Schenkelseite. Und was ist das andere? Die gleiche Seite? Sarah. Ich habe jetzt richtig schiss. Jetzt muss das dritte Klasse. Aber keine Ahnung. Frau Professor. Frau Professor Conner, was haben Sie geschrieben? Ich habe geschrieben Hypotenuse. Ja. Richtig. Zeitpunkt. Eine Hypotenuse. Katheten sind die kurzen Seiten. Die lange ist die Hypotenuse. Du wusstest es, ne? Es lag mir ja auf der Zunge. Es lag mir auf der Zunge. Das ist mein Wort. Das liegt einem immer auf der Zunge. Hypotenuse. Könnte es nicht sein, dass gerade die deutsche Übersetzung in der Zunge ist? Komm, wir lassen das Geld ja einfach. Nee, das machen wir nicht. Das wäre zu leicht. Ich habe aber was für euch. Das könnt ihr sicherlich alle beantworten. Guckt mal da. Was ist das für eine Leuchte, wenn die im Auto leuchtet? Was bedeutet das? Klaas, hast du ein Auto? Ja. Ich habe ein E-Auto. Ist das das Gleiche denn? Ja, ich gehe davon aus. Ja? Wenn das jetzt irgendwas mit dem Motor ist, dann weiß ich... Autos generell haben dieses Gerät. Wer hat mehr als ein Auto von euch? Freya, hast du mehr als ein Auto? Ich habe gar kein Auto. Du hast gar kein Auto. Aber du kennst dieses Zeichen. Ich bin nicht die beste Autofahrerin, leider. Nee, das war nicht die Frage. Ja, aber das ist ja beantwortet die Frage. Aber hast du das Zeichen schon mal gesehen? Ja, habe ich. Wir machen die Runde zu. Und ich würde alle gleichzeitig aufdecken. Weil ich glaube, das ist so einfach, dass ihr das alle habt. Und wir sehen eine Handbremse ist angezogen. Es ist die Handbremse. Handbremse, Motor kaputt. Wenn rot, dann sofort... Anhalten. Anhalten. Das geht da wirklich immer, ne? Wenn es rot ist, liegt es einfach. Das kenne ich auch immer. Und dann fährt man weiter und wundert sich, warum das Auto kaputt geht. Kenn ich auch. Handbremse ist richtig. Allein, Punkt. Super. Das ist so schlimm für mich. Das ist schrecklich. Ich bin kurz davor, mich zu übergeben. Das ist so schlimm. Wir kommen zur nächsten Frage. Wir alle haben sie verfolgt. Und wir alle erinnern uns daran, wie sie heißen. Nenne uns eine Fußballerin der deutschen Nationalmannschaft aus dem letzten WM-Kader mit Vor- und Nachnamen. Ja, da bin ich jetzt raus. Sarah, ich will dir nur einen Tipp geben. Fußballfragen und bei Klaas abgucken. Okay, aber Lena hat das auch nicht... Ah, du hast auch... Jetzt hör mal auf! Lena, hast du gerade so gemacht? Vor- und Nachnamen? Da! Hier ist überhaupt nichts zu abgucken, Alter. Jetzt mach die Runde zu. Es ist... Nee, nee, warte, warte, ganz kurz. Ganz kurz. Das ist ja so unfeministisch, dass wir jetzt nicht eine einzige... Wir kennen sie alle. Unsere Heldinnen von der WM, oder? Du kennst auch noch mal. War das gut? Das glaub ich euch nicht. Sarah, hör jetzt auf, das Publikum anzuschicken. Also, du kannst mich fragen, bei Männern, bei Frauen, Basketball, Handball, egal welche Sportart, einfach Zero, Blackout. Blackout. Wir gucken einfach mal. So, wir kommen zum Ende. Nein! Also, ich vermute, dass ich die Fußballerin, die ich aufgeschrieben habe, ist Fußballerin, aber ich glaube, die ist mittlerweile schon im Expertenstatus. Ich glaube nicht mehr, dass die noch spielt. Wir kontrollieren das gleich. Schreibst du einfach mal auf? Ich hab schon. Ich hab ein Interesse daran, dass du hier wenig Punkte machst. Wir machen die Runde jetzt zu, damit wir hier auch zu einem Ergebnis kommen. Das sind ja die leichten fünf. Wo soll denn das hinführen, wenn wir jetzt hier schon solche Diskussionen führen? Klaas, was hast du aufgeschrieben? Ich hab Birgit Prinz aufgeschrieben. Birgit Prinz? Das ist lange her, ne? Birgit Prinz ist mittlerweile 72, aber sie hat mal Fußball gespielt. Birgit Prinz ist natürlich Torschützenkönigin 2003 gewesen, aber ich hatte extra nach der letzten Mannschaft gefragt. Also 2003, das ist 20 Jahre, 21 Jahre her. Die ist mir noch im Gedächtnis. Ja, aber ist ja gut. Du hattest einen Namen, aber leider falsch. Kann ich nicht gelten lassen? Sarah. Blank. Nada, ich hab echt keine Ahnung. Das ist falsch. Da steht nichts. Das können wir nicht gelten lassen. Das gibt keinen Punkt. Lena. Please. Wir gucken, was du geschrieben hast. Ich lieb sie alle. Sehr sympathisch. Kuba. Ich liebe die alle. Ja, wir lieben sie alle alle. Ich hab nur leider... Und wie sie alle heißen, lieben wir sie alle. Lena hat leider keinen Punkt. Ich hab einfach keine Information. Man muss zu seinen Fehlern stehen. Aber ich fühl mich weniger schlecht, weil alle anderen... Du hast zumindest einen Namen aufgeschrieben, meinst du? Antonia? Ja, aber du hast die Runde dann zugemacht. Ich konnte nicht mehr schreiben. Ja, und wie hätte Antonia weitergeheißen? Ähm... Kopf. Kopf. Falsch. Das ist falsch. Du meintest wahrscheinlich zum Beispiel Alexandra Popp. Weil die kennt man. Die... Gut, lasst uns eigentlich einfach... Wir machen einfach weiter. Auch zu eurer Ehrenrettung. Nächste Frage. Wir haben jetzt hier vier Flaggen oben drauf. Ach du Scheiße. Und ich frage mich, welches Bild zeigt die Landesflagge der Niederlande? Schreibt bitte den richtigen Buchstaben auf. Äh... Was sind die leichten fünf? Willst du mich verarschen? Das ist wirklich absurd. Dritte Klasse, excuse me. Also ich weiß nicht, auf welcher Schule du warst. Du bist immer noch bei der Bluse. In der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel. Also ich hatte das nicht in der dritten Klasse auf jeden Fall. Äh... Sag mir, wenn ihr das zumacht, ja? Ja, ich sag mir, wenn wir das zumachen. Es ist ein Nachbarland von uns, die Niederlande. Joko, bitte. Joko, kannst du mir nur einen Gefallen tun, dass du bis zur Auflösung der Frage in holländisch weiter moderierst? Ich hatte das Gefühl, ich mache hier an der Zeit schon in der Niederlandse Sprache, ja? Aber nee, also das ist... Einer von den Flakjes sind meine. Und er hat alle Eien bei sich unter D. Sarah-Leena, ihr müsst etwas schreiben. Ich wusste, ihr habt noch nichts geschrieben. Er ist eine Buchstabe, wir brauchen die in Freiheit. Du hast auch geschrieben, steht alles, wenn wir da unten drüben. Ich muss da unten drüben. Und wir schauen mal, wir haben euch eine N-ball in der Form von einer Buchstabe geschrieben. Ich gucke mal bei dir, Lena. Lena, Lena, mein Mädchen, was hat sie aufgeschrieben? Ich habe A. Du hast A aufgeschrieben. Okay, gut, das ist interessant. Das ist interessant. Sarah? Ich habe... Ich frage erst klar, Sarah. Aber du hast D aufgeschrieben. Du hast auch noch ein bisschen ein Nootchen daangeschreven, was ich sagen. Hey, Max, ich habe zwei gesagt. Ja, ja. Aber es ist bald alles dabei. Ich habe B geschrieben. Du weißt, wo ich herkomme? Aus welches Land ist die Flagge von Mäneland? Ich würde sagen A. A? Wir machen mal Folgendes. Wir gucken mal da oben auf den Club und zeigen euch mal, welche die richtige ist. A! Zweimal A! A! Well done. Sehr gut. Zweimal jeweils einen Punkt. Zweimal keinen. Leute! Es war keine Konkretterie, dass ich nichts war. Nicht so schlimm. Hier sind noch mehr Möglichkeiten, um Punkte zu holen. Eine, um genau zu sein, ist nämlich schon die Letzte. Wie schreibt man das Wort? Cappuccino. Oh, und alle im Publikum nicht so. K-A-B-U-T-S-C-H-I-N-O. Gott, ey, keine Ahnung. Das sieht so komisch aus. Wir machen die Runde. Warte, warte, warte. Ja? Ja. Gut. Jetzt. Nee, halt. Was machst du? Ja, ich bin mir so unsicher. Das ist ganz schlimm. Das ist aber auch schrecklich hier mit diesem leichten Fünf. Allein, dass man das so nennt. Das ist psychologische Kriegsführung. Das ist wirklich, das macht einen Mürbe. Ihr fangt direkt an, einen Mürbe zu machen. Du, kleine Sau, du. Aber, aber das... Bitte? Wirklich? So, wir machen jetzt Schluss. Stellst du bitte den Stift da hin. Oder? Alle haben was aufgeschrieben. Ich glaube, es ist... Freya, du hast jetzt alles nochmal umgebaut. Ja, ich hab's... Vielleicht ärgerst du dich, dass du es nochmal getan hast. Meinmal ist es ganz gut, der Intuition zu folgen. Glaub mir. Wir gucken, was du geschrieben hast. Ich glaube, ich ärgere mich. Du ärgerst dich. Mit Doppel-C, ne? Vorne, genau. Und ein P. Nee, Doppel-P ist richtig. Und Doppel-C? Deswegen ist das falsch. Jetzt wisst ihr schon, was ihr geschrieben habt. Aber ich werde es gleich jetzt auflösen. Weil zuerst will ich wissen, was Klaas geschrieben hat. Doppel-P, ein-C, falsch. Doppel-P, ein-C, falsch. Gerade du, der mit Cappuccino zusammen einen Podcast macht. Cappuccino. Ja. Wirklich? Jakob Lund. Ich habe einen Kollegen, der heißt Jakob. Aber in der Szene, in der Branche, hat er einen Branchennamen. Und das ist Cappuccino. Weil er möchte gerne Kultautor werden. Und Kultautor wird man nicht mit so einem langweiligen Namen wie Jakob. So was aus der Bibel, ne? Da musst du halt klingen wie aus Remini. Ja, das ist korrekt. Cappuccino. Oder wenn er einen schlechten Tag hat, heißt er auch das Kaffee-Arschloch. Ja, da kann man absolut ausrasten. Lena. Doppel-P, doppel-C. Ja. Eines meiner Lieblingsgetränke. Meinst du auch? Ja? Soll ich jetzt noch mal abglatschen? Doppel-P, doppel-C. Ein Punkt, aber wird immer besser. Jetzt wird ihn langsam nervös. Das waren die leichten fünf. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, oh, dann will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem. Da oben bei Join. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. day. Bis zum nächsten Mal.